ja Molo heute ein kleiner Test 60 FPS Full HD das Beste vom Besten vielleicht werden wir uns auch noch einen Tag schnappen und dann geht hier die Party ab und wenn denn endlich mal einer kommen da da steht ha 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 Autsch und dann gibt es bisschen Feuerwerk so aufsteigen und einsteigen wenn ich da will Dankeschön jetzt geht's los ich werde alles verletzen zu Blumen zu Blumen zu 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 Auf geht's, geht's geben. das ist sich festgepackt und die lieben es hilft Eidon Köln Oh, das ist ein Feuerwerk. Alles zerstören! Oh fuck, komm weg hier. Puff! Na, wo sind denn die Bandenmitglieder, damit's noch bisschen mehr fetzt? Boah! Das bringt doch mal mehr Leute, was ist, was ist denn? Ist ja langweilig. Das nenne ich mal Platt gedrückt. Wir sind doch hier in einem Bandenviertel. Oh, klar. Der Helio ist nicht so... Leicht fest, Buggy. Hm. ich warte immer noch auf Bandenmitglieder die dann auch in großem Schaden zu uns kommen ja jetzt fängt es an jetzt wird es gut genau darauf hab ich gewartet ja jetzt erwarten Feuerwerk ja jetzt erwarten Feuerwerk das ist so wunderschön ja wir hängen fest und wenn ihr mehr davon sehen wollt ne dann schreibt es einfach in die Kommentare denn das Spiel kann noch viel geiler sein und Levelaufstieg dann haben wir dann was könnten wir mal machen ach das ist alles für mich der Schaden und hier haben wir nix schade dann haben wir hier noch Hubschrauber als Begleiter können sogar noch mehr upgrade die brauchen wir jetzt nicht weiter geht's weiter geht's jetzt versuche ich noch voll zu machen die Banden Aufträge und dann passt es auch schon wieder das ist boom Das ist echt ein schönes Feuerwerk. Und da haben wir schon vier Sterne. Wir haben Heli über uns. Der muss natürlich gleich dran glauben. Boom. Ist das nicht wunderschön? Ich liebe dieses Spiel. Ja, komm schon fünf Sterne. Jetzt geht die Party richtig ab. Ich finde es auch immer lustig, dass die unendlich Fahrzeuge haben. Es kommen ja immer mehr. Es wird nie auf. Wahrscheinlich importieren die so schnell, dass sie einfach wieder genug Fahrzeuge schicken können. Aber es bringt ihnen halt doch nichts. So. Jetzt machen wir noch. Oh, wir sind, wir sind, wir sind am Limit, am Limit. Jetzt sind wir. Jetzt geht's. Das wird wahrscheinlich letzte Fight. Bevor wir drauf gehen. Oh, das kommt immer mehr. Keiner kann mich auch halten. Oh Gott. Das war's. War schön, war ein schönes langes Feuerwerk. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ich meine, wer kennt das nicht? Taxi mit Nitro-Glycerin-Einspritzen. Klar. Kann man nur machen, ne? Oh shit. Oh shit. To easy. Smug dog. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. und es ist Jetzt. Bah! Ich hab noch nicht mal Fullspeed. Tschüss.